O色� música placed Moin Jungs da bin ich wieder Und zwar heute habe ich einen richtig geilen Glitch für euch. Schaut euch mal diese Panzerfaust an. Es ist so geil. Und sie kommt wieder zurück. Und ich zeige euch gerade mal, wie das funktioniert. Und zwar, ihr müsst an irgend so eine Heli hin. Bild halt irgendeine Panzerfaust oder irgendwas aus. Probieren wir es mal mit der Minigun. Dann öffnet ihr das Interaktionsmenü. Und geht runter auf Aktionen, also ausflippen oder irgendwas anderes halt. Jetzt machen wir mal was. Sieht noch cool aus. Ich glaube, das sieht noch cool aus. Dann steigt ihr den Helikopter ein. Danach steigt ihr sofort wieder aus. Wechselt es. Und dann tut ihr es mit Tätigen. Und dann sieht es so aus. Also es gab... Oh, jetzt hat es wieder geändert. Dann könnt ihr einfach eure Aktionen ändern. Und er macht es natürlich mit der Waffe. Es sieht so geil aus. Also ich feiere es wie Sau. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Glitch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.